Und wer haben wir hier? Der Draco. Der Draco ist nur eine Woche. Er war eine Woche hier. Er war zwei Monate alleine im Balwate an einem kleinen Dorf an der Kuste und man konnte ihn nicht so einfach anfassen. Er war bei Wiedel und dann jeder hat ihn gefüttert. Deshalb war es schwer, wenn sie schon viel essen und so, das ist nicht so einfach. Er ist hier gekommen, sie haben es geschafft, also eine Gruppe Leute, die das versucht haben und hier ist er ein Traum, sehr menschenbezogen. Ja, aber egal, wenn sie nicht an einem kleinen Platz sind, sondern ein richtiger Platz, die haben immer Angst, also meisten. Hier ist er total lieb. Er ist nicht doof, er weiß, was er macht. Also wenn der Kleine kommen, ihn zu stören, der macht. Er sagt ja immer, wie weit die gehen können, ne? Die Schlau. Die Schlau. Die Schlau. Die Schlau. Die Schlau. Untertitelung des ZDF, 2020